Nennen Sie beispielhaft einige Peripherie-Ausgabegeräte. Nun, Peripherie ist die Umgebung, das was so um den Computer herum so sich abspielt und da rumsteht und hier brauchen wir jetzt Ausgabegeräte. Nun, Bildschirm, Drucker, Lautsprecherboxen. Ja, das sind Beispiele für Ausgabegeräte in der Peripherie eines Computers. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.